Ein Vogel, eine Minute. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und Gartenvögel beobachte ich, seitdem ich ein kleines Kind bin. Deshalb möchte ich Ihnen heute den Starr vorstellen. Viel Spaß! Der Starr ist vielen BeobachterInnen als Vogel bekannt, der außerhalb der Brutzeit in riesigen Schwärmen unterwegs ist. Dann sind spektakuläre Flugmanöver zu beobachten. Aber Stare haben es auch so in sich. Die etwa 20 cm großen Vögel sind eher dunkel gefärbt, wobei gerade im Frühjahr ihr Gefieder metallisch grün und auch violett schimmert. Im Schlichtkleid ist der Starr mit weißen Flecken übersät. Stare brüten in Parks, Gärten, Wäldern, aber auch in Streuobstwiesen, wenn genügend große Baumhöhlen als Brutplätze vorhanden sind. Gerade im Garten kann man nachhelfen und entsprechend große Nistkästen aufhängen. Die gefährdeten Vögel ernähren sich hauptsächlich von Bohnen, Insekten und Obst, die sie gerne in Gruppen suchen. Stare sind fantastische Sänger, die sehr, sehr variabel sind. Neben ihren eigenen Strophen imitieren sie gerne auch andere Vögel. Täuschend echt, aber auch menschliche und auch maschinelle Geräusche können sie sehr gut nachmachen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal erfahren Sie mehr über die Mehlschwalben. Bis dann!